Ich erzähle nicht den Menschen die Wahrheit, wo wir sind und was wir tun. Die Menschen sind immer auf mich. Sie suchen mich und ich will nicht sein. Warum ist sie gefährlich? Sie hat bedroht, mich zu töten. Zu töten? Ja. Lori scheint vorbereitet zu sein. Auf dem Video riechelt sie. Und sie fragt nicht mal, wie es Charles geht. Ihr Mann ist tot. Ich sehe wie ein Suspekt, aber ich bin ein großer Mensch. Ich habe alles in meinen Kindern, ich habe alles getan, was ich in meinem Leben tun habe. Aber alle sind in mir in Ordnung. Und ihre Kinder? Ich weiß nicht. Sie könnte ihnen etwas antun. So, JJ, beware. Aber überhaupt nicht. Asperger. Untertitelung des ZDF, 2020